Bleib ganz locker. Heiß! Action, Jackson. Sie sollten sich diesen Namen gut einträgen. Du erzielst mir, Della Plane erledigt unbequeme Gewerkschaftsführer, aber du weißt nicht wieso. Und Beweise hast du auch keine, also was soll das? Ist eine Express-Sendung. Er räumt gründlicher und schneller auf als andere Cops. Jackson! Du bist festgenommen! Jackson! Wieso sollte ich dir trauen, ausgerechnet einem Bullen, der wegen Mordos gesucht wird, dessen Name Action ist? Nur wenige haben dem Ungestraft so viele Unannehmlichkeiten gemacht. Was wollen sie von mir? Ich will dich tot sehen, Jackson. Sag mir, wo es dir wehtut. Amen. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll! Jackson! Carl Weathers ist Action Jackson auf CineAction. Er ist Detroits härtester Cop. Wo ist dieser Jackson? Er ist alles andere als zimperlich. Das ist Action Jackson? Seinen Namen trägt er nicht umsonst. Er räumt gründlicher und schneller auf als andere Cops. Komm her! Carl Weathers ist Action Jackson auf CineAction. Musik von mir im Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt